70 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs führt der kapitalistische Wahnsinn wieder zu Faschismus und Krieg. Daran hat Trump mit seinen Drohungen gegen Nordkorea und mit seiner Unterstützung von Rassisten keinen Zweifel gelassen. Und auch in Deutschland wächst der Militarismus und Nationalismus. Von AfD bis Linkspartei bereiten sich alle Parteien darauf vor, nach den Wahlen massiv aufzurüsten. Auf ihrer Jagd nach Profiten wollen die deutschen Eliten Europa wieder dominieren und in eine militärische Großmacht verwandeln. Die einzige Möglichkeit, einen Weltkrieg zu verhindern, ist wie im 20. Jahrhundert eine internationale Bewegung gegen den Kapitalismus. Die großen Banken und Konzerne müssen enteignet und unter die demokratische Kontrolle der Bevölkerung gestellt werden. Wer die Rückkehr des deutschen Militarismus nicht hinnehmen will, Wer die wachsende soziale Ungleichheit nicht hinnehmen will und gegen Diktatur und Flüchtlingshetze kämpfen will, der muss die sozialistische Gleichheitspartei unterstützen. Wir wenden uns gegen die rechte Politik sämtlicher Parteien und kämpfen für ein sozialistisches Programm. Stimmt gegen Krieg. Wählt SGP. Stimmt gegen Krieg. Stimmt gegen Krieg. Stimmt gegen Krieg. Vielen Dank.